Auf dem Platz der Deutschen Einheit, der ja Orbit heißt, gibt es eine riesige Stahlinstallation, die wie eine Spirale aussieht. Die ist 18 Meter lang und 8 Meter hoch und da bewegen sich Artistinnen zu sphärischer Musik. Ich glaube, das könnte auch ganz spektakulär werden. Und wir haben natürlich viele, viele weitere Gruppen. Wer dann so ein bisschen der Publikumsliebling wird, das wird sich dann herausstellen. Vielen Dank.